Nach 11,5 Jahren Heidelberg hatte ich mir nie vorgestellt, also sowas wie Integration und neuer Freundeskreis, das war dann alles sehr schwierig und unvorstellbar. Und das hat auch sehr lange gedauert. Ich habe dann eineinhalb Jahre gebraucht, um neue Leute hier zu finden. Ich habe mir aber nie vorstellen können, dass ich so einfach einen offenen und herzlichen und coolen und geilen und abgefallenen und gemischten... Hallo? Ich bin sehr, sehr dankbar, von euch angenommen worden zu sein in der ersten Zeit und dann haltet ihr verlauft, einfach als jemand, der dabei sein darf. Und ihr seid eines der Hauptgründe, warum es mir so schwerfällt, bei mir die Gestaltung zu machen. Sie kommt nicht aufs Suche! Ready! Ready! Ich bin sehr dankbar, dass ihr mich alle besuchen kommt, nicht alle gleichzeitig. Das ist... Buy Tickets! Buy Tickets! Yeah. Manchester Tickets. Ja, ich kaufe alle.